Äh, okay. Achtung, meine Güte. Hi. Ja. Was war, ist das alles? Hier ist der Platinschlüssel. Okay, oh, und hier sind noch mal sehr viele. Wie sind wir durch die durchgekommen? Sag was einverstanden. Würde mich nicht wundern, wenn die erst angesprungen sind, nachdem wir da reingetappt sind. Also ja, Platinschlüssel gibt es hier, aber ich würde mich gerne erstmal in der Richtung hier umsehen. Mal gucken, ob ich noch irgendwie da hinkomme. Also ja, es gibt ja immer noch die zwei Wege hier, weil hier oben ist Ende. Nicht, dass das hier der Weg weiter ist und hier sind nur abgeschlossene Bereiche mit noch mehr Schlüsseln drin, die ich dann bräuchte. Also erstmal gucken wir, ob wir hier endlich... Jawohl. Was ist los? Äh, nein. So soll es geschehen. Ja, hier sind viele Gegner. Ich werde dich töten. So. Jawohl. Wie kann ich sofort? Ich schlag dich in die Becke. Euer Leben ist verwehrt. Nehmen keine Gefangenen. Nehmen keine Gefangenen. Melden die Gatter mich schützen. Nehmen keine Gefangenen. Be still. Now. Spür meine Sterne Klinge. Das heißt, hier könnte auch nur noch ein Raum sein. Äh, ja. Erstmal gucken wir, was es hier so gibt. Wie ein Morgenstern und eine Perle. Oh, Schleiderkugeln. Das ist doch praktisch. Niederer Phase, Morgenstern. Schade, dass das Teamwesen geteilt wird. Chance, Schadensmitte durch Kälte. Naja, weiß nicht, ob du sowas brauchen kannst. 1, 4, 6, plus 4 und du bist ein... Warte mal, du bist ein Etw minus 3. Du bist ein Etw von plus 3, hä? Mit dem könntest du auf jeden Fall mehr zaubern. Und du kannst allgemein gerade mehr zaubern, weil ich dir ja noch so einen Ring ausgerüstet habe. Aber ja. Was ist mit dem hier? Das ist ein plus 2er nur. Beim Allgemein... Wobei, das ist... 5 bis 10 Schaden. Und das ist... 5 bis 11 Schaden. Aber Rüstungsklasse und Weisheitsbonus... Achso, deswegen kann sie so viele zaubern. Äh, ja. Machen wir es so. Hier zwei davon rein. Hier können wir ruhig noch ein heiliger Schlag reinpacken. Noch eine Verteidigungskoordination, nochmal Wunden heilen. Ja, okay. In den höheren Stufen geht leider nichts. Dein Befehl? Einverstanden. So, dann machen wir mal. Ich höre in Ordnung. Mit dem Fassabstand, bitte, hier auf. Vorausgesetzt wir... Wie lautet? Sehr gut. Finden die Mauer. Was? In Ordnung. Was ist los? Ich tue es. Ja? Okay, da ist... Komm mal, schnellsteigungslos. In Ordnung. Ich mach mir mein Fahrt in deinem Blut. Der Gruftschrecken, der hat nicht viel ausgehalten. Gruftschrecken. Gruftschrecken. Sollte das hier gerade irgendeine Anspielung sein? Wenn ja, dann habe ich sie nicht verstanden. Mit den verschiedenen farbigen Wuftschnürrecken. Oh, Riemen. Riemen der Stumpfheit. Aber jeder trägt, glaube ich, schon einen Riemen. Ja. Goldener Riemen. Ja. Der hier kann zauberen Knochenkreis und Todbeleben einmal am Tag anwenden. Ja, das ist der Gürtel von Gond, der besser ist und... Ja, du trägst schon einen goldenen Riemen. Der da ist allerdings, glaube ich, besser als dieser Belebungsriemen hier. Ich höre. Ist das alles? Au. Äh, ihr. Geht's von da aus überhaupt irgendwo hin? Nein, natürlich nicht. Hallo, liebe Abenteurer. Ihr macht unsere Kunft uns sicher. Schaut mal in den schönen, friedlichen, leeren Raum da rein. Oh, Feuerballfallen. Bedient euch. Genug davon. Aha, hier geht's nirgends hin. Ich will mir meinen Bart in deinem... Euer Himmel. Ich will meinen Schaden, wir wollen den Schaden, wir können ins Wort. Wie kann ich helfen? Aber ja, jetzt muss ich zu dem hier wechseln. Dein Befehl, sofort! Euer Himmel ist nah. dass wir gemeinträchtig werden müssen. Ja? Euer Leben ist verwehrt! Sag, was du von mir einverstanden. Was? Ganz zapft. So soll es geschehen. Wie kann ich? Es soll geschehen. Die Tür führt in den Raum hier oben rein. Äh, ich sehe keinen Hebel. Nix. Also ja, ich habe nur noch die Wahl, entweder in den großen Raum reingehen oder hier drüben zu Platinschlüssel. Weil hier geht es nirgends weiter. Da komme ich nicht durch. Da hat einer den Anschluss nicht gefunden. Da auch nicht übrigens. Ja. Gehen wir mal in den Raum hier in der Mitte. Hi. Ruft Monster. Mögen die Götter euch gnädig sein. Noch mehr von eurer Sorte. Mögen die Götter euch gnädig sein. Kommt her, wenn ihr euch traut. Äh. Dein Befehl? Ist etwas nicht in Ordnung? So schnell ich kann. Oh, Gott sei Dank. Ich mach's so schmerzlos wie möglich. Ja, gewiss. Ups. Äh. Äh. Sag, was du von mir vorwärts. Wie kann ich helfen? Kommt her in die Befehlung. Kommt her in die Befehlung. Wie kann ich am besten zu diensten sein? Hier brauchen wir dann doch ein bisschen was, äh, zum Aufplüsteren. Kann ich helfen? Sag, was du von mir willst. Baccio. Baccio. Fähne. Wie kann ich helfen? Euer Leben ist verwirrt. Ich mach mir meinen Wart in deinem Blut. Ich mach's so. Gewiss. Ich schlag dich im Specker. So. Dein Befehl in Ordnung. Sind wieder alle da? Ja. Dann werd ich mal rasten. Tag. Euer Ende ist nah. Okay, sind alle da. Wieso wegen während des Kampfes? Wir kämpfen doch gar nicht mehr. Könnt ihr es nicht rasten? Hä? Könnt wir während des Kampfes nicht abspeichern. Weiter. Okay. Einverstanden. Jetzt können wir wieder speichern. Auf in den Sieg! Auf in den Sieg! Am Ende des Balkens wurde eine kleine Kupfertafel montiert. Eine Bronze-Tafel? Ja, und das andere kann ich mir grad nicht ansehen, ne? Ne. Eine Silbertafel. Das heißt, oh, ich hab den einen Schlüssel benutzt. Silberschlüssel könnte ich auch benutzen. Was ist los? Wenn es sein muss. Du sollst dich nach Fallen suchen. Du sollst... Oh, Mumien. Ja? Vorwärts! Sag, was du von mir willst. Wie kann ich her weiter? Äh... Ja, gut. Noch ein Schiff. Noch ein Schiff. Noch ein Schiff. Ja, gut. Ich weiß, wie ich hätte ich werden müssen. Wenn ich mir überlege, Mumien sind schon lang nicht mehr eigentlich gefährlich. Oh, aber die Ober-Mumie hat was... ...fallen lassen. Und wir haben den Goldschlüssel. Okay. Ah. Oh, hier geht's auch durch in den Raum. Daraus kommen wir hier hin. Weil hier ist... Die Dämonen des Schlafes jagen mich. Ich brauche eine Pause. Okay, hier können wir sogar schon durchgehen, weil irgendwie offen ist. Ich möchte mich ja nicht einmischen. Aber vielleicht sollten wir eine Rast einlegen. Euer Embe ist nah. Geister. Euer Leben ist verwerbt. Euer Embe ist nah. Ich bin müde.